Willkommen zum allerersten Game One Community Beef. Das erste Mal in der Geschichte von Game One, dass wir mit Zuschauern gemeinsam uns battlen. Wir haben aufgerufen auf GameOne.de zu einem freshen Multiplayer-Action-Gedöns in Kid Icarus Abreising für den 3DS. Ja, und es sind erstaunlich viele Bewerbung-Eingang. 4 Milliarden, glaube ich. 300. 300. Ach nee, es waren 300. Ach, 4 Milliarden, 300. Und ihr seid die vier Glücklichen, die zwei Glücklichen, die mit den anderen zwei zusammen und gegeneinander spielen. Das ist der Max und das ist die Ann-Christine, das ist mein Team. Genau, und das ist der Mirko und das ist die Dana. Nein, das ist die Mirko. Nein, das ist die Dana und der Mirko. Und das ist mein Team, wir sind Team Hell, ihr seid Team Dunkel. Finster. Finster, genau. Und wir spielen Kid Icarus Abreising auf dem 3DS. In einem Battle-Mode 3 gegen 3. Wir spielen einen Modus Best of Five. Das heißt, wer zuerst drei Siege hat, gewinnt alles. Genau. Und, nur mal ganz kurz erklärt, 3 gegen 3, wie gesagt, jeder spielt einen so einen Typen da. Wir ballern aufeinander und im Prinzip, wir haben ein Zeitlimit, sechs Minuten pro Runde. Wer dem anderen Team am meisten Schaden zugefügt hat, gewinnt, kurz gesagt. Gibt noch ein bisschen mehr, aber das muss euch jetzt nicht interessieren. Hier seht ihr dann im Laufe des Spiels, würde ich sagen, direkt zu den Waffen. Nehmt eure 3DS. Seid ihr alle in der Lobby? Kurz einmal checken. Ja. Dann geht's jetzt los. Alles klar, dann starte ich jetzt das Spiel. Runde 1. Los geht's. Mögen die schönsten, schlauesten und besten dieses Turnier gewinnen. Du musst mir doch helfen. Ey, wer schießt denn hier auf mich? Seid ihr bescheuert oder was? Ja, das darf man doch. Ja, das bin ich. Hallo. Ey, Ann-Christine, würdest du das bitte unterlassen? Boah. Super Angst, ich mach's. Hau ihn weg, hau ihn weg. Ich nehm Eddie von hinten. Ich mein's nicht so. Doch, das meinst du so. Das ist doch völlig in Ordnung. Ja, alles klar. Ach, scheiße. Wer springt denn da? Ihr seid auf so einem komischen... Oh, da haben wir guter Lachs. Ich hab nicht wirklich gut verpasst. Ey, unser Team! Ja! Haben wir gewonnen? Nein, nein, nein. Ich hab dich erstmal in die Luft gehauen, glaube ich. Irgendwas ist passiert. Wuuuuh! Einen von meinen hab ich vorhin in den Hinterkopf geschossen. Ey, ich häng hier an der Wand. Ey, was ist das denn los? Hier, Jungs, das ist cool. Hier schwebt irgendwas in der Luft. Oh Gott, es schwebt fast in mir. Oh, 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 oh. Kommt alle auf Sana, das ist gut! Das ist gut! Das ist gut, das ist gut! Das sieht gut aus! Ich komme aus! Ah, okay, okay, ich komme. Ich bin doch warmet. Ich bin doch schon da, ich bin schon da. Ich bin erstarrt. Ich bin schon das zweite Mal gestorben. Teile der Morgenröte, was immer das auch bringt. Das ist super, die Morgenröte. Okay, alle auf Max, neue Taktik, alle auf Max. Okay, Max, hau einfach nur ab. Was? Alles klar. Einfach nur abhauen. Wie kann ich denn sprinten? Kann ich sprinten? Ich bin im Keller. Tue ich doch. Mein Gott, ich galoppier wie so'n blödes Pferd drum und ... Oh, wer schießt auf mich? Das ist wirklich dumm. Das war so klar, dass Eddie von ... Du bist wirklich so ein ... Was für ein durchtriebener Sack du bist. Bam! Verdammt. Ja, das ist gut. Und dann alle damit auf ... Wieso kannst du aber Waffen einsammeln? Wie geht denn das? Oh, bin ich jetzt irgendwie ... Hm? Was muss ich denn gedrückt halten? Ah, jetzt kann ich auf einmal sprinten. So, an Christine hab ich jetzt aber wirklich mal ordentlich den Arsch drin. Okay, was ist denn jetzt hier? Oh, ey, 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 ey! Ja, alle auf Ende! Pumpel, 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 Pumpel! Pumpel! Was ist Pumpel? Was ist Pumpel? Pumpel! Wir haben nicht verwirrungsfotos. So, Pumpel! Ey, Max, du kleiner, hartnäckiger! Ja, sehr schön! Hast du gepumpelt? Ja, ich bin grad am Pumpeln. Sehr gut! So, er ist weggepumpelt! Jaaaay! Nein, 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 er ist nicht weggepumpelt. Ich verlaufe Pumpel. Boah, das ist gar nicht so einfach. Sehr schön, Mirko. Sehr schön, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Mirko hat mir den Arsch gerettet. Komm, jetzt holen wir uns den Max. Wo ist er denn? Boah, dieses Lenken, das geht gar nicht. Ah! Er ist wieder runtergelaufen. Was? Wo seid denn alle? Voll gesagt. Oh, da ist irgendwas in der Mitte. Sind die alle da oben? Ja, jetzt, die jetzt kaputt ist. Findest du's los, nicht? Ja. Oh, die Wale besiegt. Hier, alle auf Dana. Die Wale der Ränder. Nein! Ich hab Dana irgendwie grad, keine Ahnung, was, aber ... Ja, die Wale besiegt grad. Irgendwas hab ich hier. Ja, ich bin bei dir, Nils. Was schießt auf mich? Welcher ... Nein, ich bin noch bei dir. Direkt hinter mir! Ja, ich seh's. Ich hab's nicht. Boah! Bam! Ich hab's nicht. Wach, wach, wach. Hast du sie? Irgendwann hab ich Kata, aber jetzt kommen sie zu dritt auf mich. Kein Problem. Hau ab. Ja, okay. Ich verstehe alle auf Nils. Ich kann nicht brinden, wenn ich's will. Jetzt kann ich. Wir machen auch Pömpel. Ich weiß es nicht, aber mach's einfach. Wir wollen uns die Taktik kopieren. Ja, unser Ziel erreicht. Pömpel, wenn ihr Pömpel bei uns sagt ... Okay, ah, hey. Da sind sie zu zweit los. Alles ... Boah, sie wollen zu mir. Pömpel, Pömpel. Was? Guck dir das an. Was ist denn hier dieser Medusa-Kopf überhaupt? Das sag ich nicht. Ich hab einen Sehnscheid nicht für mich. Ja, ich auch. Boah, was ist denn das so los? Was war das denn? Seid ihr doof? Komm mal auf, wie der Scheiß. Ey, ich bin hier gegen Drei-Bus. Wir haben hier den Drei-Bus. Wir haben hier den Drei-Bus. Auf mein Team. Verdammt, ist das eine Karschbeilung. Oh! Ich bin hier, ich bin hier. Auf ihn! Mit Gebrüll. Los. Leute, ich brauche hier Support. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Äh, ich bin von steinert. Bist du von steinert? Hier ist er da. Alles wurde geärgert. Ich tu bin geärgert. Ich hab Ries gebrüttelt. Du wirst zu pinken? Nein, sie dürfen mich jetzt nicht verdichten. Okay, all auf Eddie, all auf Eddie, all auf Eddie! Ich fliege nur durch die Luft hier gerade. Echt? Ziel angesagt. Ist das im Flugmodus? Ich weiß es nicht. Ich bin noch Bodenkampf. Ziel angesagt, ne? Alle auf Eddie. Ich hab Eddie, glaube ich, gerade im Visier. Ja, aber jetzt kriege ich eine von Latz. Boah, diese Steuern. Ich bin jetzt ein finsterer Pit. Du auch? So, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Auf Max. Wo ist Max? Wo ist er denn? Ich weiß es nicht, aber hau. Ich seh ihn, ich seh ihn. Nee, das ist mir gut. Wir machen jetzt, galoppiert er wieder rum. So, tschüss. Gut, 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 gut. Come on. Oh, mit der Arm. Ich kann nicht mehr. Ich weiß es nicht, furchtbar die Steuerung. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist so lächerlich. Pum, pum, pum. Sie hat gesagt, ich pum, pum, pum. Ich hab irgendwas aufgesammelt. Das ist doch zu schlecht. Hilfe. Ich hab irgendwas gedrückt. Oh Mann, jetzt. Oh, was war das? Mirko. Was soll das? Verschliegen wir. Ey, das wird ewig dauern. Wir sind Sendezeit, haben die nicht. Wo ist denn der Max? Mach mal den 3D-Effekt an. Wo ist denn der Max? Ey, ich hab das Gefühl, dass ich irgendwie erst mal das Primary Target bin. Aua! Verdammt. Mit zu rennen, doch. Wieso hast du, ich bin hin, Alter, das ist so lächerlich. Ja, wir gewinnen. Jetzt wird da runter. Zeit abgelaufen? Zeit abgelaufen? Das muss der Sieg sein. Ist das der Sieg? Nee. Ich weiß jetzt nicht, wonach das geht. Ich weiß nicht. Finster gewinnt. Was sind wir? Sind wir Finster? Yeah! Wuhu! Come on! Yeah! Was auch immer wir gemacht haben, wir haben es richtig gemacht. Ja. Funktioniert jetzt das ganze Spiel so? Oh, guck mal hier, warte, da gibt es jetzt eine Punktabrechnung. Das sind die Quotenorbitale. Oh, Kugelstab freigeschaltet. Nix raff. Adlerbogen. Ich habe auch irgendwas gekriegt. So, Mirko 160 Punkte, Dana 354 Punkte. Eddy 600 Punkte, immer zur Verteilung in meines Team. Reden wir mal über das hier. Was? Stell weggedrückt, ne? 600 Punkte. Ihr seht, ich habe es hier nur mit Pfeifen zu tun, sowohl in meinem Team als auch im gegnerischen. Ey, ganz ehrlich, lass doch das ein. Wir kriegen das schon noch hin. Das ist immer so. Das habe ich schon häufiger beobachtet. Runde 2. Wir spielen übrigens Best of 5. Das heißt, das Team, das als erstes drei Siege einfährt, hat gewonnen. Genau. Wie ist es zusammen? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Alles klar. Wir sind nicht zum Spaß. Das ist jetzt die gleiche... Komm Teamfenster! Okay, los. Dana, alle bereit? Ja. Also ich meine von meinem Team. Drück jetzt. Ja, wir sind eh bereit. Los geht's. Wir machen es genau wie eben. Ja. Einfach gewinnen, auf was auch immer wir getan haben. Es war gut. Wir waren schon saustark. Wir haben nach Punkten geführt. Wir müssen dann nur den letzten Engel, den dicken, den müssen wir lang machen. Fokus Feier, ne? Ja. Fokus Feier. Also das mit dem Pömpel hat auch wunderbar funktioniert. Okay, auf Nils. Im Zweifelsfall, wenn ihr nicht wisst, auf wen, immer auf Nils. Hat das eine andere? Das ist jetzt auch eine andere Map. Ja, sehr gut. Sehr gut, Werner. Ich lobe dich. Was ist denn das für eine Stage? Wir locken die. Komm, wir locken die. Komm, wir locken die. Lock die doch mit deinen Katzen. Komm her, komm zu mir. Wo bist du denn? Nein. Nein, du gehst zu mir. Du gehst zu mir. Stopp. Hilfe. Dreht euch um. Hilfe. Ja, und jetzt. Der hat fast auf mich geschossen. Ja, komm, das ist super, was wir hier gemacht haben. Wir sind nämlich super smart. Oh, komm. Ich kann nur hoffen, dass die Regie jetzt irgendwann mal mein Bildschirm abgreift, einfach nur zeigt, wie dämlich sie vorbeischießen. Ja? Guck mal hier. Das ist super. Ja, die schießen einfach durch den Raum. Man kommt nicht in den Raum rein. Wir führen aber, also warten wir einfach, bis die Zeit abzulaufen. Leute, wo seid ihr? Ich hab Angst. Ja, Jungs, das machen wir ganz toll. Wo ist denn mein Zimmerplatz da? Hier, der Mirko ist eingedrungen in unser Trifugium. Also, ich hab schon mal rausgemacht, dass die Ann-Christine schlecht ist. Also, einfach auf sie. Ann-Christine ist nicht schlecht. Ann-Christine ist sehr, sehr gut. So, Max, ne? Stehst du schön in der Ecke? Ja, ja, das war blöde, ne? Ich meine, wer zündet immer die Superwaffen gegen mich? Wo zündest du die überhaupt? Ja. Wo sagt ihr überhaupt? Sie sammelt sie irgendwo ein, weil sie hat sich das voll vorher durchgelesen. So ehrgeiziges Stück, ey. Oh, ich bin richtig weit. Ich hab Gamefacts geguckt, wenn er was. Oh! Und da hat er wieder den Nils in den Erfroden geschossen. Du vor allen Dingen, wo seid ihr denn? Ey, wir sind so gut, Mirko, du rockst. Das magst du nicht alle. Das gefällt mir. Ich weiß es nicht. Ah, warte mal, irgendwo steht Nils, da steht Nils. Nils, ich komm mal zu dir. Ja, wir nehmen das hier, was auch immer das ist. Aber ich glaube, ich bin bald tot. Ihr könnt ... Gibt's eine Möglichkeit, sich zu erdecken? Ich weiß überhaupt nicht. Oh, ich bin grad gesprungen. Wo sind die denn? Ich finde die nicht. Ich bin über dir, Nils, ne? Das ist lieb. Ey, wo sind sie? Wo sind sie alle hin? Sonst spät. Glaubt ihr euch nicht stärker? Da! Wir haben sie! Wo, wo, zu mir? Verdammt! So. Alles geil, ist egal. Oh, die Morgenröte ist aufgetaucht. Ey, was heißt die Morgenröte? Was ist das? Ist das gut? Das sag ich nicht. Auf jeden Fall nervt das, wenn das auftaucht. Oh, die sind zu zweit gegen mich. Ich bin dabei. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war grad sehr gut. So, an Christine, komm dazu. Ja, genau. Warte. Was passiert? Guck mal, da seid ihr geirrt. Jawohl, ich hab glaub ... Ist er tot? Ich glaub, einer ist grad ... Wir füllen, wir füllen. Ich geh jetzt hier auf Myko. Ja, wir alle besiegt. Ich glaub, wir haben ... Ich bin mittendrin. Ja, ja, das sieht gut aus. Sie ist mitten bei uns im Rudel hier gefangen. Ich steck grad nur einen. Ist gar nicht so einfach. Ich auch nicht. Boah, was ein Kampf. Das ist ja ... Nichts für schwache Nerven. Was sind das immer für ... Alle auf Myko. Schnell auf Myko. Alle auf Myko. Alle pippen. Myko pümpeln. Myko pümpeln. Pümpeln Myko. Scheiße. Ich hab auch nicht ... Die sind weg von mir. Was ist das, was du da zündest? Wie machst du das? Und Nils ist weg. Was ist das? Nee, auf Max. Ich will weglaufen. Ja, eben, deswegen. So, Nils, ich komm in mein Gegen. Kann ich irgendwo meine Trefferpunkte heilen? Oh Gott. Au! Scheiße, ich glaub, jetzt bin ich so. Jetzt haben wir sie, glaub ich, echt langsam. Jetzt bin ich gut gespürt. Am Arsch! Morgenröte einsatzbereit! Setz sie ein! Wie setzt man sie ein? Stimmt, wir haben ja mit der Morgenröte ... Oh fuck? Wir müssen sie einsetzen, die Morgenröte ist da. Da geht ja den Infight. Ich hab Nils im Blick. So, ich muss hier weg. Los, Renn noch! Fick! Boah, das ist so affig. Ich glaub, ich hab grad immer ... Du hast vor allem grad eine Atombombe gezündet. Das ist so Quatsch. Ich hab hier so eine 1920-Pistole, und du hast so eine blöde Atombombe. Das ist so albern. Ja, du musst halt suchen. Nach was denn? Ja, nach nichts. Weil sonst vergehen wir. Na ja eben, red einfach nicht mehr. Immer am Schluss. So, Myko ist down. Das ist so Quatsch. Eddy, ich hab dich grade im Visier. Ich hab dich im Visier. Nee, jetzt ist grad jemand anderes da. Irgendwie. Zack, sie sind fast tot. Gleich kommt Super-Pit. Ah! Wo seid ihr denn? Weiß ich nicht. Oh Gott. Da hinten. Sehr gut! Geilo! Das ist echt schön, wirklich, also dieses Spiel. Ich hab nie, wann ich was schaffe und wie und warum, aber ... Okay, da ist der Nils. Am schlimmsten ist die Kamera, ehrlich gesagt. Also die Kamera ist hier wirklich richtig. Ey, die sind zu dritt auf mich, da hab ich schon wieder gerumpelt hier. Nils, warte, ich komm, ich komm, ich seh dich, ja. Zu dritt sind die an mir dran. Das sind zehn, ich bin doch dabei. Jetzt bin ich aber ... Nee, ich kann ... Gegen dir alleine schaff ich das grad so nicht. Wie du, gegen dir alleine? Ich bin doch gegen dir alleine. Nein, ich bin doch grad bei dir gewesen. Ich hab Eddie auf jeden Fall hier, weil ich bin gleich tot. So, einer muss doch jetzt mal langsam hier zum Superhansel werden, oder was? Ah nee, jetzt bin ich, glaub ich. Jetzt kommt der finstere Pit. Ich glaub, ich bin hier grade im One-on-One gegen Nils. Der finstere Pit. Wir müssen auf Max, alle auf Max. Warum bin ich immer der finstere Pit? Das ist ja zum Heulen. Max ist der finstere Pit. Du darfst nicht sterben, ne? Ja, schon klar. Los, wir müssen ihn verdichten. Ich bin erstaunt. Nein! Sehr gut. Ich glaub, ich hab aber auch ne ziemlich mächtige Waffe jetzt. Ja, du bist ein bisschen stärker. Die sind oben, die sind oben, die sind oben. Man hat sich da verschanzt, wie die feigen Schweine da. 30 Sekunden noch. Baller die alle weg da! Okay, los. Sie kommen runter. Max, du darfst nicht sterben. Ich versuch's ja. Hilfe, ich versuch aber auch grad hier nur zu ballern. Ihr müsst mich irgendwie decken, die haben mich hier im Kreuzfeuer. Sehr gut, wer immer da ... So, jetzt renn doch bitte du hin. Den Wahl besiegt. Ganz, ganz, ganz. Dana wird zu Pit, das ist gut. So, nee, wir sind zusammen. Bleiben wir zusammen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wir müssen zusammenbleiben, zusammenbleiben. Bumm! Das Problem ist, ich bin zweitstärker. Oh, Zeit auf. Wir haben gewonnen, auf jeden Fall. Wir haben gewonnen. Ich weiß nicht, warum ... Wenn wir jetzt nicht gewonnen haben, erklär ich dir das Turnier für beendet. Fakel gewinnt. Fakel gewinnt. Yes! Warum? Weil ... Mit welcher Begründung? Weil der Pit schon freigeschaltet war, oder? Wir haben euch den Ehrensieg halt schon etwas früher gegeben. Danke, du kriegst doch einen geheimen Bonus, steht hier. Schwächt und lähmt Rivalen. Runde 3, der Keilerei. So ein guter Spruch. Startet jetzt. Los! Wir machen es genauso wie eben. Du bist einfach supergut. Genau. Und der Rest erledigt sich von alleine. Der Rest erledigt euch. Team? Team cool? Team Siegreich? Das war jetzt gerade einfach nur ... Geheimer Bonus, haut drauf, Start. Ja, weiß nicht, von alleine vielleicht. Erst mal suchen. Das ist echt beruhigbar. Seid ihr bei mir? Ich bin dabei, ja. Jetzt raff ich ja erst, wie man springt. Du kannst noch zweimal, wenn du so nach vorne durst. Ja, ja, genau. Das hab ich jetzt raus, aber ansonsten ... Seid ihr bei mir? Ja? Ich bin noch bei euch. Boah, die Dana, du bist echt ... Was sammelst du denn? Komm, Niko, wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Ich komm nicht weg, ja. Okay. Da sind sie! Kontakt! Max! Das war so klar die Atommoma auf uns drei. Es ist auch ein bisschen verwirrt, dass man keinen Sound hat, finde ich. Ja. Oh Gott, ich bin schon so gut wie tot. Nein, dann zieh nicht zurück. Alle auf Mirko. Ja, alle auf Max. Alle auf Mirko jetzt, hier. Komm, Mirko. Lädt sich die Kraft wieder auf. Nee, ne? Ist hier eigentlich nur jemand bei mir? Oder bist du grad alleine? Nee, nee, wir machen wieder hier unseren Einzelkampf. Immer in Mon on Mon, der Mirko und ich. Komm zum Einzelkampf. Ich vernichte dich. Boah, was ist das schon wieder? Was machst du da schon wieder? Das ist mir ... Jawoll! Hier. Zack, einen haben wir. Ja, ich wurde auch gehabt, weil ... Das ist ja echt Quatsch. Ja, okay. Ich schieß auf Ann-Christine. Oh, scheiße. Ich muss weg. Ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen. Ja, ist okay. Schön im Nahkampf der Ann-Christine auf die Krise gehauen. Fuck! Ist okay. Ja, ja. Mit ihm acht Wochen durfte man, oder? Wenn er das wohl war. Oh Mann, da seh ich schon wieder den schlechten Energiewald vom gegnerischen Team. Das ist unfassbar schlecht. Ann-Christine, du willst wirklich ... Ich hoffe, ich ankomme. Ich will. Ich hab mich nicht. In diesem Tunnel geht es auf jeden Fall ab. So, schnelles Aufladen hab ich angeklickt. Mal gucken, was passiert. Was hast du angeklickt? Warum hast du so was, Schnelles Aufladen? Was ist das? Das ist eigentlich genug. Ey, ihr benutzt alle Sachen. Alter, was ist denn das? Hier sind ja noch Sachen unten rechts. Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen schnell. Teilgenöse. Ich laufe gegen mich. Oh, sorry. Ey, habt ihr das gesehen? Das unten im Touchpad. Da sind noch Sachen. Seht ihr das? Nein! Nils, du Schlawiner. Im Touchpad kann man Sachen anklicken. Ja, das habt ihr nicht gesagt. Nein, das haben wir rausgefunden. Ja, und nicht gesagt. Nein! Weil ihr voll unfair seid. Sollt ihr alle meine Tricks verraten? Das ist ein Trick, oder was? Interessant. Das ist ja schön. Interessant. Hier wird also mit Mogeln und Unfannis gearbeitet. Äpfeln. Was macht der denn da? Das war gar nicht so schlecht. Oh Gott. Ich glaub, ich bin jetzt hier. Sehr schön, Dana. Ich bin geviert. Alles Gute kommt von hinten. Pääm! Max. Pääm! Noch einer. Bääm! Du scheinst es von hinten echt zu mögen. Du scheinst es von hinten echt zu mögen. Ja. Oh Gott. Geht nicht zu Eddie, der Max. Willst du ihn vielleicht noch mal sagen? Ja. Wenn du noch mal kommst. Lass dich nicht ablenken. Das ist Teil seiner Taktik. Was? Der läuft weg, wo die denn? Ja. Ich weiß nicht, der ist häufig am Kehlen. Ach, Verfluchtung. Sehr schön, jetzt dissen unsere Gäste. Oh, klasse. Das ist doch kein Gast für mich. Das ist fein. Das ist so gut. Nee, ich glaube, ich bin richtig schlecht diese Runde. Ah, was ist das? Eddie hätt nicht ... Das ist das. Nee, ich hab keine Chance. Das ist so richtig. So, sie sind schon wieder fast am Arsch. Ach, das bist du drin. Das ist nett. Das ist nett, was ist denn jetzt los? Wir waren irgendwie gelähmt, kann das sein? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Das ist nett los. Wir waren irgendwie gelähmt, kann das sein? Ja, die machen immer irgendwelchen komischen Scheiß. Ja, ich hab's dann gewonnen. Okay, Leute, das ist sehr gut, aber es ist sehr gut. Es ist alles super. Ey, die Regie wird sowieso nur mein Bildschirm zeigen, weil hier sieht man einfach Skill und bei Nils sieht man einfach nur ein wildes Button-Gil. Das ist geschehen. Der finstere Pit ist hier. Und Nils ist der finstere Pit. Alle auf Nils! Ignorieren die anderen und können mit Nils. Wo bist du denn? Ja, wo ist er denn? Du siehst mich doch. Nein, ich seh dich nicht, zumindest gerade nicht. Jetzt, okay. Ich werde versuchen, dir zu melden. Da kommt irgendwas von hinten. Sehr schön, Mirko. Ey, wo ist der denn? Er hat sich versteckt. Ja, okay, die Zeit arbeitet trotzdem gegenüber. Ja. Aber jetzt haben wir grad irgendwie ganz viel verloren. Ja. Ja, hallo, ja. Er ist oben, er ist oben. Uah! Er ist runtergefallen. Gott. Er ist noch wieder oben. Dann sind wir bei Max. Ja. Oh, du Sack, du hast mir die Waffe weggeschnappt, ne? Er rennt weg, oben. Ey, das ist ja voll fies. Der hat jetzt so eine super-Mega-Waffe. Wie macht man denn diesen Nahangriff? Ich baller da irgendwie so ein Bekloppter nur rum. Ich laufe nicht. Mach' da rangehen mit die Tasse oder so? Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich habe keine Chance, um hier ranzukommen. Das ist so lame jetzt. Andy wird zu peed! So, verdammt. Bats! Bats! Das habe ich auch eine super-Waffe gewesen. Ihr seid zu dritt, aber es stimmt nicht mehr. Achso. Der Sinn des Spiel ist doch nicht mehr. Ja, der hat da irgendwas geschüttet. Zwei Schüsse und man ist weg. Ich klinge wieder gleich mit Max. Der ist bei Nils. Ich. Zeit abgelaufen. Gewonnen. Scheiße. Ja klar, der hat sich ja nur verpisst, die Pfeife anstatt uns langzumachen. Voll die dumme Taktik. Ich glaube, ich habe auch ziemlich abgekastet. Der rafft nicht, dass wenn man der Supertyp ist, dass man dann kaum noch Energie hat und eigentlich den Supertyp nützen sollte, um die anderen platt zu machen. Stattdessen hat er sich irgendwo versteckt. Sehr gut. Noch einen Sieg brauchen wir. Zwei Eins nach drei Runden. Nächste Runde gewinnen. Und ähm ... Oh Gott, ich war mit Abstand in dieser Runde. Gott, äh ... Du hast es ziemlich rausgerissen, aber dafür warst du der Beste der Runde. Ja, 628 Punkte nur fürs Weglaufen ist aber eine Menge. Ja, du hattest ja die ganze Zeit die Superwaffe. Oh, ich bin einfach in den Eingang geschossen. Also, Team Finster hat nach drei Spielen auch verstanden, wie es geht. Dann würde ich sagen, jetzt Runde vier. Los geht's. Letzte Runde. Also, höre ich es wahrscheinlich. Okay. Ey, das tut halt ganz schön im ... Im Handgelenken, ne? Ja, ja. Das ist total geil. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass es als Linkshänder noch viel schwieriger ist, weil ich hier mit den Rechten ... Ach, egal. Es geht los. Aber das ist echt wahr. Okay, zusammenbleiben, zusammenbleiben. Sie sind da oben. Ich seh sie. Wow. Komm, da kommen sie jetzt. Aufstellung nehmen. Und nicht treffen lassen. Immer schön ausweichen. Und alles machen, was denen weh tut. Ja, jetzt direkt vor mir. Ey, ich krieg schon wieder auf die Sache. Das ist so lecker. Ich versteck mich. Ah, auf jeden Fall. Haben sie gedacht, wegen Beef oder so, sagen sie mal Nils. Was? Ey, was geht jetzt? Ey, wer ist denn da hinter mir? Ey, was soll das denn? Geil, oh. Ist das gut? Ich glaub, das war ich sogar. Ist das denn jetzt ein Spiel? Ja, irgendwie sowas. So eine Hammerkeule oder sowas? Keine Ahnung. Mach mal. Oh Gott, das ist echt lächerlich. Wir müssen auch mehr Extrawaffen sammeln. Wir dürfen nicht an einem Fleck fahren. Was ist denn? Sie hat nicht laut rum die ganze Zeit rum. Einer ist gestorben. Vivalen besiegt. Vivalen besiegt. Das sieht gut aus. Vivalen in der Rennbahn. Ist das so schön? Hier, das Morgenröten-Gelump ist aufgetaucht. Wo ist das denn? Weiß ich nicht. Du hast da noch nicht aufgetaucht. Nein. Oh nein. Oh nein. Tja, das ist wirklich wahnsinnig klein. Ich habe das Ding hier wahnsinnig klein. Ich werde aber drei Zeilen, die hast du ganz super als aufzaubern. Na, eigentlich irgendwie ein bisschen Zickenwissigkeit an den Tag gelegt. Was ist das, eine Bombe? Ey, an Christine! Äh, du schützt da grade in der Abbrotung. Genau. Und das geht auch gar nicht. Oh, sehr gut. Boah, jetzt gehen die nur auf mich, wo ist mein Team, wenn ich's brauch. Oh, was war das denn? Ich zieh dich. Och, Teilemongröte. Die taucht jetzt aber öfter auf. Die führen, die führen, die führen das nicht gut. Nee. Das ist nicht gut. Das ist anders, als der Plan war. Nämlich, dass sie nicht führen. Ben. Oh, ich kotze ins Essen. Komm, Jungs. Schön, holt euch den Max, holt euch den Max. Hilfe! Ich bin grad dabei. Ich bin irgendwie draufgekommen. Ich bin hier grad in der Mangel und lauf gegen eine Mauer nach der anderen. Verschwinde doch, du... Schön, Dana, immer auf den Max, ich seh ganz genau, was du machst. Meiner läuft nicht weg. Ich sag mal, ist das eigentlich so eine Familienrivalität, die wir jetzt haben, oder was ist das? Nee, jetzt bin ich tot. Ja, aber du stirbst auch nicht. Ich jetzt? Nee, nee, jetzt kommen die zu viert auf mich. Zu viert? Ja, die haben... Los, wir führen wieder, wir führen, Leute. Die sind zu viert. Lasst wieder auf den Hügel gehen, lasst hochgehen, dann müssen sie kommen. Ich bin bei Nils. Nils? Okay, okay, auf Nils. Planänderungen? So, ich versuch, sie mal einzusetzen. Warte für die Warnung. Also, Nahkampf hab ich aber gar nicht drauf. Charme? Guck mal, die hetzen mich. In den Tod. Wo ist mein Team? Team! Pumpel! Wo wird gepumpelt? Ja, hier! Fuck! Ja, ich seh euch irgendwie grad alle. Ja, da, okay. Sehr gut, der eine ist doof. Nee, also ich, keine Ahnung, ich rass grad gar nicht. Hier, die sind bei mir! Bleib einfach fit. Ja, ja, ich bin so gut wie tot. Ich muss mich irgendwie zurückziehen. Nein. Ist ja alles gut. Wie kann ich denn diese Extras da unten links anklicken? Ja, mach ich ja, aber irgendwie passiert nichts. Egal, einfach versuchen. Irgendwas wird schon passieren. Nee, das ist, was sind das für Waffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verschwinde, verschwinde, verschwinde doch einfach. So. Ich hab das Tod dabei. Max, lauf doch nicht weg. Bleib doch bitte leise. Oh Gott, nee. Wir haben wieder die Führung übernommen. Sehr gut. Meiner macht grad nix. Der Gäste aus den Specials nicht. Benutzt die. Stehen geblieben. Ach, verdammt. Verdammt. Okay, wir haben sie fast, wir haben sie fast. Juhu! Sehr gut, sie ist tot. Ich komm zu euch. Was? Oh, was? Ich hatte doch ein Special. Oh Gott, Eddie hat irgendwas ... Ja, irgendjemand hat hier ... Ja, der zu Pit. Habe ich jetzt irgendwelche Spezialmöglichkeiten? Du hast, glaub ich, automatisch ne ziemlich dicke Waffe dann, oder? Ey, immer dieses von hinten angewiesel. Das ist doch Quatsch. Das soll denn das ... Oh Gott. Boah, Mann, Christine. Boah, Mann, Christine. Boah, shit. Nils will zum Finstere Pit! Was? Wo ist er denn? Noch einer? Ich weiß es nicht, aber ist egal. Wir müssen denen mehr Energie abnehmen als sie uns. Das reicht schon. Oh, irgendjemand gerade hat ihn direkt in die Fresse. Ich muss hier abhauen. Das bringt gar nix. Hilfe! Dabei bin ich nicht mal pittig. Ah! Boah, Mann, an Christine! Scheiße! Fuck. Ich bin noch mies. Wer ist noch da? Ja, alle. Seh ich doch. Lauf doch, du ... So, an Christine, jetzt halt's mir. Mann, du mit deiner scheiß Nahkampfattacke, ey! Hast du keinen, oder was? Irgendwie gegen Diffin. Mirko, bring dich in Sicherheit. Benutz deine Heilkräfte. Ich hab gar nix mehr hier. Bam! Nein! Ihr habt verloren. Ha! Wir waren noch zwei Pits schon, aber wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ja, die glaub ich. Super Team! Alles wieder offen. Super Team! Letzte Runde, ne? Siehste? Oh, jetzt kennen wir die Steuerung. Oh, wie sieht's auf einmal aus? Ah! So. 2 gegen 2. Letzte und entscheidende Runde im Best of 5. Los geht's! Genau wie eben! Wer spielt denn heute, Eddie? Ähm, die Eintracht. Ja? Mh. Wollen wir jetzt mich abdenken, ja? Gegen wen denn? Nö, das ist gut. Nein, okay. Das ist nicht schlecht. Fall auch noch drauf rein! Okay, los geht's! Alle auf den Max! Okay. Eintracht Braunschweig oder was? Ja. Okay, Jungs! Alle auf den Max! Hier sind sie, hier sind sie! Auf sie! Mit! Boah, was ist denn das für eine Stage? Dana! Lass doch den Quatsch! Das ist die Rainbow Row! Ich bin da runtergefallen! Ach, der ist wieder... Nein, das ist scheiße! Der Möko ist hier wieder, ey! Ja, ich bin bei dir! Ach so! Also ich bin hier mit Dana! Ich seh überhaupt niemand! Jetzt hab ich die Nahkampfattacke gemacht! Wie weiß ich auch nicht! Komm! Haben wir ihn? Ja, ne? Das ist mir jetzt noch hochgekommen! Aua! Sehr gut! Sehr gut! Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Wo sind sie denn? Also oben oder was? Der hat hier irgendeine Superwaffe gegen mich gerichtet! Verdammte Hacke! Aua! Gut, ich muss abhauen! Äh, kümmer dich mal um Eddy! Ich probiere dich! Oh, jetzt sind die zu dritt! Ich bin bei Nils! Ja, offensichtlich! Ich bin eingefroren! Ich auch! Was soll das denn? Hallo? Das ist ja super, du meinst! Ich kann nicht reden! Ich kann nicht reden! Ich kann nicht reden! Das ist der einzige Spruch, den ich sagen kann! Ich kann nicht reden! Wir müssen gewinnen! Wir müssen gewinnen! Es ist zu wichtig! Es ist zu wichtig zu gewinnen! Verlieren ist schlecht! Gewinnen ist gut! Wir müssen gewinnen! Was soll als Eintracht-Fan ja wissen? Was war das denn? Das war grad der ganze Schwimmel! Okay! Oben, oben, oben! Ich bin direkt da! Mirko, du Sack! Ich nutze es aus, dass du schlecht im Nahkampf bist! Ey, was ist denn mit mir los? Schlecht im Nahkampf ist sogar übertrieben! Ich kann den Nahkampf einfach nicht mal! Oh, jetzt sind sie alle bei mir! Ich muss erhauen! Hallo? Sie kommen dann da ins Feuerkreis? Oh nein, du hast nicht Selbstmord gemacht! Nein, ich hab mich einmal reingeschutzt! So, ich muss irgendwie abhauen! Ich bin mit dem Nils! Hier, ich bin mit dem Nils! Jetzt rufst du nach Hilfe, ne? Grad wolltest du noch in den Einzelkampf gehen und... Oh, jetzt rufst du nach Hilfe! Oh, guck mal! Also, diese Teilgenesung ist irgendwie nichts! Bäm! Funktioniert der mir nicht, ne? Nee, also, ich denk ja, dass man sich ja irgendwie dann heilen kann! Zumindest ein bisschen! Ey, kann der mal auf den Nils schießen? Da passiert gar nichts! Ach, ich seh grad, wir führen ja auch schon! Ja, sowieso! Scheiß auf Nils! Macht was hier verrückt! Nein, wir sollen jetzt nicht übermütig werden! Vergiss es! Wir müssen jetzt dranbleiben! Ich glaub, jetzt hab ich grad die Nahkampf... Ja, gut! Nee, du hast mich nicht besucht, ich leb noch! Ach, scheiße! Nee, ich leb noch! Niko, da oben! Siehst du's? Ja, ja! Komm mit, komm mit! Nein, ich bin runtergefallen! Teuerung! Ich spiel auf diese lilanen Dinger! Ja, Mann, ey! Da! Wo sind sie denn? Ich weiß es nicht! Ey, hinter mir offensichtlich! Scheiße! Ich muss weg, ich muss weg! Das hat auch alles keinen Zweck! Oh, ne! Immer dieser Nahkampf! Hast du auch Probleme? Oh, irgendjemand hat das Schönes grad abgeschossen! Sehr schön! Einer ist kaputt! Sehr gut! Weiter! Nee, nee, nee! Ich lass mich hier nicht aufm Kampf mit Eddie! Der ist mir zu brutal! Eddie kann nix! Aber der hat ja irgendeine Superwaffe gerade! Ja, eben! Was ist das denn? Weiß ich ja gar nix! Ist doch doof! Der Stylus ist nur eine Superwaffe! Ja, an Christine! Was war das? Ja, das war ich! Das sind Sachen, worauf du dich einfach fortwerfen kannst! Da wollt sie von hinten kommen! Habe ich den Braten gerochen! Nee, nee, ich bin tot! Ich bin gleich tot! Komm her! Kommt, Leute! Lauf doch nicht weg, Max! Ich tu dir doch nix! Ja, natürlich! Komm mal mit, Mergo, ich zeig dir was! Scheiße! So, an Christine ist auch weg! War das jetzt mal ne Heilung? Nein, auch keine Heilung! Wieso kann man sich hier nicht heilen? Treffer! Uhuhuhu! Okay, er wird zum finsteren Pit! Wer, wer? Max oder was? Max, Max, Max! Das ist der Beste eigentlich! Ja, ne? Der kann irgendwie gar nix! Hast du das gespielt? Ah, Rivale besiegt! Oh, Dana! Schützt mich! Ihr müsst irgendwie bei mir bleiben! Weil ich, äh... Ah, jetzt seh ich, was ich hab! Ich glaub, ich hab jetzt nur ne Nahkampfwaffe! Das ist ja hervorragend! Roggenröte einsatzbereit! Finster! Mach mal, mach mal! Egal wie! Warum hast du denn? Ähm... Ich weiß nicht, was... Kann ich hin, kann ich hin! Mach sie platt! Mach sie einfach platt! Dann sind sie auch gepittet! Mann, ihr hattest hier schon wieder Nahkampf, ey! Das ist ja wohl ein Witz! Was machst du denn dafür? Geheime Ninja-Moves, ey! Habt ihr sie gepittet? Ja, ja, oder? Wisch? Nein! Ich mein, der geht nicht mehr! Das Team von denen ist jetzt auch pittig! Oder wie das auch heißt! Auf Max! Okay, die kommen auf mich zu! Ich hab nur so einen Riesenhammer! Das ist so ätzend! Oh, Kacke! Komm nur, du Hund! Ja, ich glaub, drei Sekunden! Bäm! Ah, scheiße! Ich hab's versaut! Welchen Glückwunsch! Ja! Zu einem T-Shirt und einem Spiel! Ja! Hell gewinnt! Bitch verliert! Na 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 na! Ah! Ich enttulge mich aufrichtig! Willkommen zur Siegerehrung vom ersten großen Community Beef hier bei Game One! Team Supergeil hat gewonnen! Die Dana! Der Mirko! Und es gibt natürlich auch Preise! Ihr kriegt auch einen Trostpreis! Keine Sorge! Aber die richtig fette Preise gibt's bei uns! Nämlich zum Beispiel! Einen 3DS! Kannst du damit was anfangen? Ja klar! Ja! Ihr habt ja schon bewiesen, dass ihr damit umgehen könnt! Und das Spiel zum Üben! Ne? Kid Icarus! Uprising! Auch für jeden! Einmal! Außerdem kriegt ihr noch ein T-Shirt und ein weiteres Spiel! Das kriegt ihr aber von Nintendo zugeschickt! Müsst ihr mit denen irgendwas nicht ausmachen! So! Ja! Das war's! Glückwunsch! Danke! Glückwunsch! Glückwunsch! Nee! Komm schon! Nein! Nein! So! Vielen Dank fürs Mitmachen! Das hat bestimmt mal wieder Spaß gemacht! Mirko! Auf jeden Fall! Richtige Wahl getroffen! Genau! War ganz leicht! Super! Hahaha! So! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!